Der Campus ist der zusammenhängende Komplex von Universitäten und anderen Hochschulen oder Forschungsinstituten. Campus in den USA Die Bezeichnung Campus Campus ist lateinischen Ursprungs und hat in dieser Sprache die Bedeutung Feld. Er bezeichnete in den USA seit dem 18. Jahrhundert die außerhalb der Stadt errichteten Gebäude einer Universität, die von parkähnlichen Anlagen umgeben sind. Der Begriff wurde erstmals beim 1746 gegründeten College of New Jersey verwendet. Campus in Deutschland In den 1960er Jahren wurde der Ausdruck in Deutschland aus dem Amerikanischen entlehnt. Unter Campus Hochschulen versteht man seitdem Hochschulen, bei denen Lehr- und Forschungseinrichtungen, Wohnraum für Lehrende und Studenten sowie andere universitätsnahe Infrastruktur samt Grünflächen auf engem Raum zusammengefasst sind. Der Begriff bot sich an, da die deutschen Universitätsneugründungen im Gegensatz zu den klassischen europäischen Universitäten nun ebenfalls nicht mehr in die Stadt integriert waren. Diese Entwicklung begann 1946 mit der Freien Universität Berlin und ihrem Campus in Berlin-Dahlem. Zu den frühen Gründungen solcher Hochschulen, die auf der grünen Wiese wie Trabanten im urbanen Umfeld angesiedelt wurden, gehört Bochum. Der erste deutsche Universitätscampus mit Lehr- und Forschungseinrichtungen, Wohnheimen und universitätsnahe Infrastruktur. Es folgten Düsseldorf, Bielefeld, Bremen und zahlreiche andere. Weitere Beispiele sind die Universitäten Augsburg, Bayreuth, Cottbus, Dortmund, Dresden, Duisburg, Erfurt, Essen, Flensburg, Hohenheim, Ilmenau, Kaiserslautern, Kassel, Koblenz, Konstanz, Lübeck, Magdeburg, Mainz, Oldenburg, Paderborn, Passau, Universität Potsdam, Regensburg, Saarbrücken, Siegen, Ulm, Trier, Wächter sowie die Universitäten der Bundeswehr in Hamburg und München. Eine ähnliche Entwicklung ist der Neubau eines Campus fern von bestehenden Hochschuleinrichtungen in der Innenstadt wie beim Campus Feingen-Pfaffenwald der Universität Stuttgart. Vergleichbar war es mit neun Campusen für Naturwissenschaften traditionsreicher Universitäten wie Heidelberg und Tübingen. Ein anderes Modell ergab sich durch eine Zusammenlegung beim Karlsruher Institut für Technologie. Verschiebung des Begriffes In den USA hielt sich die ursprüngliche Bedeutung bis in die 1950er Jahre, wurde aber allmählich auf den gesamten universitären Komplex übertragen. Dort benutzten schließlich auch andere Einrichtungen wie Unternehmen oder Krankenhäuser den Begriff für ihr Gelände, vermutlich, um dessen positive Bedeutung zu nutzen oder auf den Forschungskarakter ihrer Aktivitäten zu verweisen. Ein Beispiel ist der Microsoft Campus in Redmond, Washington. Die Struktur eines von Grün umgebenden Komplexes am Stadtrand war hier gegeben. In Deutschland wird der Begriff inzwischen auch ohne Universitätsbezug angewendet, zum Beispiel bei Bürogebäuden. In jüngster Zeit erfuhr der Begriff auch in Deutschland eine Erweiterung und wird nun allgemein für universitäre Anlagen angewendet, auch wenn diese innerhalb der Stadt liegen. Ein Beispiel wäre die Universität Mannheim, deren Campus sich über das Schloss Mannheim und die direkte Umgebung erstreckt. In Bonn entsteht gerade auf Freimfeld, aber in Innenstadtnähe der Campus Poppelsdorf der rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität. Auch in Deutschland zeichnet sich wohl um die jeweils eigene Bedeutung zu überhöhen. Ähnlich wie in den USA eine Begriffsausweitung auf räumlich zusammenhängende Baulichkeiten anderer Institutionen, zum Beispiel von Krankenhäusern ab. In Kiel wird das Gelände der Universitätsklinik auch als Campus Kiel bezeichnet, zwecks Unterscheidung zum zweiten Standort Lübeck. Insbesondere bezeichnet man als Campus lockere, moderne Gebäudekomplexe, die besonders für die Lehre und Forschung angelegt werden. Ein Beispiel ist der Campus der Universität Wien auf dem Gelände des alten Allgemeinkrankenhauses in der Nähe der Ringstraße. Er umfasst zwar nur einen kleinen Teil der Universität Wien, beherbergt aber über 15 vorher über das Stadtgebiet verteilte Fachbereiche und eine Reihe studentisch geprägter Lokale. Ähnlich das Techno Z Salzburg für private Forschung ebenso wie als Campus der Universität Salzburg. Oder das Universitätszentrum Rottenmann als Außenstelle zweier Universitäten in einer spezialisierten Forschungsregion. Hierbei wird die heute geförderte enge Wernetzung von Hochschulen und Unternehmen teils auf Forschung und Entwicklung spezialisiert. Teils direkte privatwirtschaftliche Spin-offs der Hochschulen auch stadtplanerisch und architektonisch gefördert. Wenn funktionelle Infrastruktur in Websystemen abgebildet wird, wird das im übertragenen Sinne als ein E-Campus bezeichnet.